Hallo aus meiner Tier. Ich bin Noah. Willkommen. Vom 1. bis zum 3. Oktober könnt ihr meine Kunst sehen und die Kunst von vielen anderen geilen Künstlern und Künstlerinnen im Stöckekeller. Und das Thema ist H2O, Wasser. Und ja, man muss sich einfach gut hydraten und hoffe, dass wir uns da sehen. Liebe Grüße, Peace and Love. Ciao. Vielen Dank.